Setzen Sie sich, Major! Das ist der offizielle Befehl, auf den wir gewartet haben. Das NATO-Oberkommando hat der Heeresgruppe Oranje endlich befohlen, die Elbe zu überqueren und sich den Russen zu stellen. Morgen um 5 Uhr werden wir sie mit allem, was wir haben, angreifen. Sie werden als Speerspitze unserer Offensive nach Torgau vorrücken. 1945 haben wir uns dort zum ersten Mal mit unseren russischen Verbündeten getroffen. Tja, die Zeiten haben sich geändert, Major, die Regeln des Krieges nicht. Sie sollen die Vorhut des Feindes aufreiben, die sowjetischen Panzer stoppen und am Ostufer einen Brückenkopf errichten. Wenn Ihnen das gelingt, können wir an das besetzte Deutschland vorstoßen und unsere Position in Mitteleuropa festigen. Noch Fragen? Nein? Gut. Deshalb haben wir Sie ausgewählt. So, wir machen schwere Panzer. Habe ich hier jetzt eigentlich keine mehr, aber es spielt keine Rolle. So, schwere Panzer hier. Hier, hier. Das müssen wir noch gleich machen. So, dann fangen wir mal an. Ja, die mittleren. Damit kann ich eh nichts mehr anfangen, also weg mit den Dingern. So, priorisiert haben das die jetzt hier aus. Ja, deswegen habe ich es auch gemacht. Hier, 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 hier. Passt. So, dann. So, dann. Oh. So, dann. brauchen wir zwei von denen vielleicht auch noch eins ich weiß es noch nicht genau verkaufen du auf du bleibst du bleibst du bleibst du bleibst du bleibst auch du auch kaufen unerfahren verkaufen so hier hier und hier und hier oder müssten jetzt alles haben ja und ich noch mal da hole ich den ranger truppen mit und den ranger truppen mit würde ich sagen ja das passt er ihr braucht plätze acht lasse ich eine infanterie hier heißt natürlich nicht so zum kotzen aber man könnte vielleicht später noch eine einheit holen deswegen holen wir sie dann mit wir können jetzt verstärkung anfordern commander gut dann gucken wir mal was unsere aufgaben das ist für mich auch verbuggt also das müsste eigentlich direkt kommen also das ist unfassbar warum bewegst du dich warum bewegst du dich wenn ich die infanterie bewege so scharfschütze deine aufgabe ist es mir die aufklärung zu geben warum bewegt sich das ist halt auch so scheiße ich kann die nicht einzeln einwählen ich muss den doppelt klicke damit der sich dann bewegt was ein mit mir rotze echt rotze echt rotze echt rotze echt rotze echt rotze echt Was machst du voll Idiot da? Warum bewegst du dich jetzt so? Und warum kannst du dich nicht so bewegen? Und so? Und so hin? Oh, toll. Wir sollten vielleicht mit zwei Schafteten sogar hier. Auf zwei. Nee, einer passt. Einer passt. So. Du kannst mir sicher sagen, was du jetzt hier machst, ne? Ja, wenn du gerade hier bist, dann kannst du das auch erobern. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Okay, Schaftschütze nach vorne. Lass uns mal gucken. Die überlegen wir wirklich erst hier die Flanken aufzuräumen. Wir haben den Feind geordert, Sir. Die überlegen wir, Herr. CPC ist bereit, Sir. M-59 verspricht. M-103 onruhe, Sir. Auf die Saison, wir werden auf 3. Auf die Saison, wir werden auf 3. Auf die Saison, wir werden auf 3. Die überlegen wir, Herr. Das wäre echt eine Überlegung. Bitte sag mir, wie du das siehst. Oh, hallo. Ich sehe schon, wir haben hier echt mal so einen Luftwaffen spenden. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Oh, hört doch mal auf mit dem scheiß verfickten Luftwappen-Spam. Ey, das geht gar nicht. Oh, das ist ja richtig zum Kotzen, ey. Okay, da ist nix, wunderbar. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Na, komm hierhin. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Unsere Einheiten bestehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten bestehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geordnet. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geordnet, Sir. 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 Komm, ich bin ein Feind geordnet, Herr. Wir haben den Feind geordnet, Sir. Jetzt haut es mich hier wirklich raus. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geordnet, Sir. 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 Wenn es so wäre. Okay, hier ist nichts. Okay. Alle hier runter. Oh Gott. Guck dir das an. Bleib doch einfach stehen. Du siehst doch, dass die da vorfahren. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Halt doch mal die Fresse. Alter, wie die fahren, ne? Äh, echt, es ist katastrophal. Es ist echt eine Katastrophe, wie die fahren. Oh, da fährt was runter. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ich habe es gerade gesehen. Der Sackzack macht hier wieder solche Dinge. Oh Mist, die kriegen jetzt da unten gleich richtig Probleme. Ja, das ist echt schön. Hey, kommend hier. Rangers, en route, Sir. Ennemis vehicle. Resistance, mob-gum. Guck dir das HQ. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. This isn't our name. DPC ist bereit. Wir haben den Bahnhof unter Kontrolle, gucke ich. Wir haben ein Sekundärziel erreicht, Sir. Perfekt, das ist ja ein russischer schwerer Panzer, IS-10. Wir können jetzt auf der Straße Verstärkung heranziehen, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Ich frag mich wo. Ich muss jetzt hier gucken, weil hier irgendwo eine Einheit versteckt ist. Ja, ein Scharfschütze. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Pfff. Die gibt es echt ein Scharfschütze, die sind so asozial, die siehst du echt noch kaum. Ich lass den einschweren Panzer unten bei der Infanterie. So, lass uns mal gucken, was hier abgeht. Recon, scouting the area. Wir haben den Feind geortet, Sir. Napalm carrier has changed this course. We'll be there in a minute. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Wir haben den Feind geortet, Sir. Sehr schön. Wir haben den Feind geortet, Sir. Jet is on the way. Processing given coordinates. DPC is ready, Sir. If it's 3 ready, in 103 rollin' to designated location, Sir. In 103 in 4th, Sir. Everything is up to us, now. Sudden geht nedaleko. Wir haben den Feind geortet, Sir. Wir schicken uns das Scharfschütze im 4th. Re-locating, Sir. Wir haben den Feind geortet, Sir. Ja, lass ihn ruhig ankommen. Okay, da oben scheint was zu sein. Ich würde gerne wissen, warum du jetzt da nach vorne gestürmt bist. Wir haben doch ganz klar den Befehlstellungen halten alle. Ja, haben sie. Ja, wir machen erstmal eine Seite, wirklich die räumen wir erst komplett und dann gehen wir rüber. Feuer brauchen wir da gar nicht. Ja, ich werde das machen, mein Herr. Kommando ist auf der Weg, Herr. Repositioniert, Herr. Acht. Wir haben den Feind geortet, Sir. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. 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 Irgendwann weiter vor? Ja. Achso. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Unsere Einheiten stehen unter Beschuss, Commander. Prestigeflagge erobert, Commander. Okay, hier oben ist noch was.